So, hier haben wir einen echten Saarländer, der Holger. Holger, du hast von den Pfalz verlassen wie Sonne eingelegt. Ja, weil es dir keine Arbeit mehr gibt. Ah, mach doch die Pfalz nicht so nieder. Die gute alte Elfetritsche. Elfetritsche? Ja, die trinkst du noch, gell? Ja, in rauen Mengen. Wo bist du noch im Saarland? Im Saarland? Ja. Nordrhein-Westfalen, in Aachen. Ja, Nordrhein-Westfalen. Ich schau herkommen dann. Ja, ja, klar. Nur wegen der Schwemme, nur wegen der Musik, nur wegen Dallau. Na ja, klar, längstens. So richtig metallerisch. Immer auch die. Holger, grüße mal, wen du willst, Hesse, Saarland, Pfälzer, Würdeberger, deine Freunde, Bekannte, alle. Ja, dann gehen da ein paar Grüße nach Baden-Würstchenberg, ne? Ja. Auf alle Fälle. Ups, da macht's jemand hinten durch. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, es sind zu viele Leute. Komm her, Enti, du brauchst auch noch ein bisschen, ne? Und die kleine Uli, die da hinten dran ist, steht auch noch. Filmen wir da rüber. Okay, Ms. Tai, offと. Ja halt so. Keep on ruckin' and stay happy.